23. Wir freuen uns natürlich, dass Sie so zahlreich hier sind und dass man im Publikum auch Gesichter sieht, die immer wieder kommen, die letztes Jahr schon da waren. Herzlich willkommen hier im Saal und auch zu Hause an den Bildschirmen. Mit der öffentlichen Vortragsreihe Alternativen möchte die Universitäre Altersmedizin Felix Platter aktuelle altersmedizinische Fragen und Erkenntnisse allen Interessierten zugänglich machen. Einige von Ihnen wissen es schon, der Anlass dauert etwa eine Stunde. Heute hören Sie ein Referat von Herrn Professor Monsch. Er heisst, wie halte ich mein Gehirn fit? Nach dem Vortrag beantwortet er Fragen. Die virtuell Teilnehmenden können ihre Fragen via Chat schicken und sie werden dann im Rahmen der Fragerunde auch beantwortet. Herr Professor Dr. Phil Andreas Monsch ist Jahrgang 58, studierte klinische Psychologie an der Universität Zürich und promovierte 1991. Anschliessend bis 1994 verbrachte er einen Forschungsaufhalt in San Diego, USA an der University of California, dem dazu mal besten Alzheimer-Forschungszentrum der Welt. Zurück in der Schweiz war er bis 2002 Forschungsleiter in der Memory-Klinik der Geriatrischen Universitätsklinik Basel. 2001 erfolgte seine Rehabilitation und 2003 die Beförderung zum Titularprofessor für Psychologie an der Uni Basel. Seit 2002 leitet Professor Monsch als Fachpsychologe für Neuropsychologie die grösste Memory-Klinik der Schweiz. Sie ist hier in der Universitären Altersmedizin Felix Platter beheimatet. Professor Monsch forscht und lehrt auf den Gebieten Früherkennung demenzieller Krankheiten und seltene Ursachen der Demenz. Er engagiert sich in verschiedenen Organisationen und Projekten und er ist Autor von über 170 wissenschaftlichen Publikationen und erhielt diverse Preise. Heute Abend berichtet Ihnen Professor Monsch, wie Sie Ihr Gehirn fit halten können. Bitteschön. Vielen herzlichen Dank. Sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich außerordentlich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Es ist ja eigentlich schönes Wetter, aber eben Sie möchten Ihr Gehirn fit behalten. Und eine Möglichkeit ist es natürlich, sich an Veranstaltungen aufzumachen und dort etwas zu lernen vielleicht, das man brauchen könnte. Oder allein die Teilnahme einer solchen Veranstaltung wird helfen, dass Ihr Gehirn fit bleibt. Wie halte ich dieses fantastische Organ fit? Wenn wir diese Frage stellen, dann sind wir auch automatisch getrieben in die Frage des Alterns. Und wir schauen uns das einmal an, was geschieht eigentlich mit der Anzahl der Bevölkerung. Wir haben eine Vermehrung zwischen 2020 und 2050 um etwa 20 Prozent. Also die Schweiz wird an Bevölkerung zunehmen. Und diese Zahl ist bei den 0- bis 19-Jährigen etwa gleich groß mit 17 Prozent. Und etwas kleiner bei den 20- bis 64-Jährigen, aber sehr groß bei den 65-Jährigen und Älteren und enorm groß, nämlich 144 Prozent bei den über 80-Jährigen. Also das Altern per se, das ist ja diese universitäre Altersmedizin, ist natürlich ein Thema, das nicht nur die Kranken betrifft, sondern auch die Gesunden. Und ich hoffe alle, dass sie gesund sind und hoffe, dass sie mit mir hoffen, dass sie weiterhin gesund bleiben. Was geschieht denn im Gehirn, wenn wir älter werden? Wir haben Abnahmen, wir haben einen Verlust von Nervenzellen, vor allem im vorderen Teil des Gehirns, der unsere Persönlichkeit ausmacht, uns erlaubt, abstrakt zu denken, Probleme zu lösen oder Strategien zu benutzen. Dieser Teil des Gehirns ist auch mitunter für unsere Geschwindigkeit verantwortlich. Um die Ventrikel, Sie sehen das dort sozusagen ins Gehirn hineingeschaut, diese grünen Ballone, da ist Flüssigkeit drin. Um die Ventrikel stellt man fest, dass so kleine vaskuläre Veränderungen stattfinden, gehäuft, wenn wir älter werden. Die Seattle-Langschnitt-Studie, eine ganz berühmte Studie, die ältere Menschen oder jüngere Menschen bis ins hohe Alter verfolgt hat, zeigt uns, Sie sehen von links oben nach rechts unten diese grün gepunktete Linie. Das ist die Verarbeitungsgeschwindigkeit, die nimmt von links oben nach rechts unten ab. Aber eigentlich alle anderen Leistungen, die hier gemessen wurden, sind einigermaßen stabil. Und zwar bis ins Alter von über 80 Jahren. Es ist so, dass die einzig wirklich erwiesene und auch in diesem Sinne unausweilige Folge des Alterns ist eigentlich nur die Verlangsamung. Wir werden langsamer, wenn wir älter werden. Nicht nur körperlich. Wir können die 100 Meter mit 75 nicht mehr so schnell rennen wie mit 15 oder mit 20. Und wir sind auch langsamer im Denken. Ältere Menschen brauchen mehr Geduld. Das ist ganz wichtig, aber es kommt. Also wenn wir eine Antwort suchen, dann ist es nicht unbedingt so, dass die weg ist, sondern man braucht etwas mehr Zeit. Wir müssen geduldiger sein mit älteren Menschen. Gut, wir werden langsamer, aber wir bekommen auch neue Stärken. Resilienz und Gelassenheit, also Widerstandskraft und Gelassenheit ist wirklich eine typische Funktion des Älterwerdens. Unsere Erfahrung und dadurch verbunden auch der gekonnte Umgang mit Unerwartetem nimmt zu. Wir können besser komplexe Informationen und Situationen interpretieren, weil wir eben auch Erfahrung haben. Wir können Zusammenhänge erkennen und Informationen mit dem, was wir schon wissen, verknüpfen. Wir haben ein ausgeprägteres Bauchgefühl oder eben das, was schon in der griechischen Antike beschrieben wurde, diese Weisheit des Alters, die erlaubt es uns, bessere Entscheidungen zu treffen. Es gibt zwei Arten von Intelligenz. Es gibt eine Art der Intelligenz, die nennen wir kristalline Intelligenz. Das ist so unser Wissen, unsere Erfahrung, unser Wortschatz zum Beispiel. Und dieses Wissen wird nicht mit der Stoppuhr gemessen. Wir nennen das kristallisierte oder kristalline Intelligenz. Auf der anderen Seite die fluide, die flüssige Intelligenz. Das sind alle Leistungen, die wir eigentlich mit Hilfe einer Stoppuhr messen. Über die Zeit des Lebens nimmt die kristalline Intelligenz bis ins sehr hohe Alter zu. Solange wir nicht gehetzt werden, gelingt es uns, neue Dinge sich zu merken, neue Dinge zu lernen. Und unser Gehirn liebt es, zu lernen und zu arbeiten. Wir werden langsamer, das ist so ab 30, nimmt eben alles, was mit der Stoppuhr gemessen wird, leicht ab. Unser Gehirn, und das ist die gute Nachricht, ist auch im Alter plastisch. Es ist also in der Lage, sich zu verändern, sich anzupassen. Es ist nicht einfach ein schrumpfendes Organ, das irgendwann mal den Geist aufgibt, sondern es ist immer noch möglich, Dinge umzubauen im Gehirn und die Funktion zu verbessern oder auch zu erhalten. Unser Gehirn hat etwa 86 Milliarden Nervenzellen. Die Zahl Milliarden bedeutet ja mittlerweile nichts mehr, oder? Aber das ist enorm viele Nervenzellen und jede dieser Nervenzellen haben bis zu 10.000 Verbindungen. Jetzt müssen Sie sich mal das Durcheinander vorstellen in diesem Gehirn. 86 Milliarden Nervenzellen bis zu je 10.000 Verbindungen. Das sind viele Verknüpfungen. Was weiss man denn über diese Plastizität, über die Möglichkeit der Reife, der Anpassung? Es gibt eine funktionelle Plastizität, diese Verbindungsstücke zwischen den Nervenzellen. Diese Synapsen können sich verändern. Sie können eine Übertragung stärker machen. Sie können die Kontaktfläche vergrössen, auf, ab und Umbau in den Synapsen ist möglich. Und das heisst, dieses Gehirn ist eigentlich ständig dabei, sich umzubauen, zu optimieren. Auch die zuführenden und abführenden Nervenstränge werden sozusagen optimiert. Es gibt so eine Regel, die sagt, Nervenverbindungen, die oft gebraucht werden, werden stärker. Das ist wie im richtigen Leben. Wenn wir Freunde haben und uns oft mit denen treffen, dann wird die Freundschaft enger. Analog ist das im Gehirn. Bereits gesagt, das Gehirn und auch das ältere Gehirn liebt es zu lernen. Es ist das einzige Organ, das man eigentlich nicht überbeanspruchen kann. Die Muskeln kann man überbeanspruchen und irgendwann mal geht es nicht mehr. Das Gehirn kann nicht überbeansprucht werden. Natürlich, wir brauchen auch Schlaf und Erholung. Aber trotzdem, das Gehirn liebt es zu lernen. Wenn wir zum Thema Fitness im Alter oder Gehirnfitness im Alter sprechen, dann stellt sich schon die Frage, was wollen wir denn verhindern oder vielleicht wenigstens verzögern mit dieser Idee, sein Gehirn fit zu halten? Ja, die Demenz, die Hirnleistungsstörung im Alter. Sie sehen hier eine unglaublich spannende Grafik, die uns sicher in der Forschung noch jahrzehntelang beschäftigen wird. Sie sehen eine exponentielle Zugnahme der Häufigkeit von Hirnleistungsstörungen ab dem Alter 60 bis hier über 95-Jährigen. Sie sehen bald Bällchen, die die Frauen repräsentieren, die roten Bällchen und die blauen Bällchen, die die Männer repräsentieren. Und Sie sehen die Bällchen, die roten sind höher. Die Frauen sind deutlich häufiger betroffen von Demenz im Vergleich zu Männern. Und niemand hat bis jetzt verstanden, warum dies so ist. Die Forschung gibt uns keine Antworten. Es ist nicht die Lebenserwartung der Frauen, die höher ist als die der Männer. Es muss irgendetwas geben, was die Frauen vulnerabler macht als die Männer. Und das würde natürlich auch bedeuten, dass wir anders forschen müssten, dass wir andere Therapien, vielleicht für Frauen gesonderte Therapien entwickeln müssten. Sie sehen hier die Ursachen der Demenz in einem Kuchendiagramm. Und Sie haben alle schon den Begriff der Alzheimerkrankheit gehört. Und die Alzheimerkrankheit ist die wichtigste, weil eben häufigste Ursache einer Hirnleistungsstörung im Alter. Aber es gibt ungefähr 150 weitere mögliche Ursachen für eine Hirnleistungsstörung. Und deshalb muss diese mögliche Hirnleistungsstörung sorgfältigst abgeklärt werden, was wir ja in der Memory Clinic versuchen. Und dann eine spezifische mögliche Therapie vorzuschlagen. Gehirnfitness im Alter, da geht es also auch um Prävention dieser Demenz. Und da gibt es auch Daten. Es gibt immer so Hypes in der Forschung. Und einer der Hypes in den letzten 20 Jahren war so, was könnte denn uns schützen vor einer Demenz? Sie sehen hier eine ganz berühmte Grafik, die in einem sehr berühmten Journal im Lancet publiziert wurde. Und sie besagt, dass etwa 40% der Ursachen einer Hirnleistungsstörung im Alter einer Demenz eigentlich modifizierbar wären, beeinflussbar wären. Sie sehen unten das 40%. Und gewisse Dinge kann man in der Jugend bereits machen, andere im mittleren Alter und andere dann später. Sie sehen hier Jugend, wenig Ausbildung. Auf das kommen wir noch zurück, diese Idee der sogenannten Hirnleistungsreserve. Hörverlust, Hirnverletzung, Bluchhochdruck, Alkoholüberkonsum, Übergewicht erstaunt uns nicht. Das ist nicht so nett für die Neuronen, mit denen so viel arbeiten müssen. Im höheren Lebensalter natürlich die Toxine, Rauchen, aber auch Depression, soziale Isolation, zu wenig Bewegung. Luftverschmutzung in dieser Arbeit, die spielt bei uns zum Glück praktisch keine Rolle. Und Diabetes, was hier fehlt, zu meinem grossen Erstaunen, war die Ernährung. Also ich habe das nicht ganz verstanden. In dieser tollen Zeitschrift fehlt die Erwährung. Aber gut, dafür haben wir die Luftverschmutzung hier drin. Man kann das noch anders machen und ich habe mir überlegt heute, oder Sie kommen hierher und möchten etwas verstehen, wie kann ich etwas tun. Jetzt kann man das unendlich kompliziert machen. Und es gibt viele Daten, die man zeigen könnte. Aber eigentlich ist mein Ziel, Ihnen etwas mitzugeben, was recht einfach ist am Schluss, damit es Ihnen auch etwas bringt. Und Sie sehen hier eine Unterteilung zwischen Risiko- und Schutzfaktoren. Und zwar Unterteilung, ist das modifizierbar auf der linken Seite oder eben nicht. Alter, Geschlecht und die Genetik, da können wir heute noch nichts dran machen. Nicht modifizierbar. Auf der linken Seite sehen Sie dann aber vermeiden. Wir sollten ungesundes Essen vermeiden. Wir sollten nicht rauchen. Wir sollten übermässigen Alkoholkonsum vermeiden und weitere andere Dinge. Wir sollten ein gutes Verhältnis haben zu unserem Hausarzt, zu unserer Hausärztin, weil die Grundversorger können Dinge behandeln, die wichtig sind für die Gesunderhaltung des Gehirns, wie Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Hörverlust und so weiter. Beim Hörverlust interessant ist, 20% aller über 65-Jährigen haben einen wirklichen klinischen Hörverlust. 20%, ein Fünftel. Die Hälfte davon hat kein Hörgerät. Das ist Unsinn, oder? Also die Idee, das sieht man ja praktisch nicht mehr, das Hörgerät. Also unbedingt, wenn Sie nicht mehr gut hören, zwingend ein Hörgerät besorgen. Das ist ganz wichtig, weil sonst isoliert man sich. Implementieren wären so wichtige Verhaltensmodifikationen, vielleicht auch Lebensstiländerungen. Auf die kommen wir noch detailliert zu sprechen. Nämlich die körperliche Aktivität, der Schlaf, soziale Kontakte pflegen und aktivieren und vor allem auch die kognitive Stimulation, die Stimulation der Hirnleistung. Und Sie sehen auf dieser Grafik eine spannende Berechnung, nämlich wie viele Patienten könnte man sozusagen verhindern, wenn wir die Risikofaktoren im Griff hätten. Sie sehen Diabetes, Bluthochdruck, Übergewicht, Depression, körperliche Inaktivität, Rauchen, kognitive Inaktivität und dann ganz rechts die Kombination. Und Sie sehen, man könnte, wenn man zum Beispiel 25% der Risikofaktoren voll im Griff hätte, 3 Millionen Patienten einsparen. Das sind so interessante Berechnungen, oder, von Epidemiologen. Sie sehen aber auch links von der Kombination aller Risikofaktoren, dass die kognitive Inaktivität, das zu wenig Brauchen des Gehirns, ein unglaublich wichtiger Risikofaktor oder auch ein protektiver Faktor darstellt. Was ich jetzt machen möchte, um es einfach zu machen, verdaubar zu machen, ist, diese sechs verschiedenen primärpräventiven Risikofaktoren besprechen. Sechs Punkte, die Sie bitte mit nach Hause nehmen sollen. Es ist eine sehr interessante Übersicht hier von SABAU 2022, also sehr aktuell. Sie sehen, es sind sechs Punkte, die wir kurz besprechen. Zunächst einmal das Management der neurovaskulären Risikofaktoren. Sie haben diese 86 Milliarden Nervenzellen mit je bis zu 10.000 Verbindungen im Gehirn. Und natürlich sollten wir die Umgebungsbedingungen dieser Nervenzellen optimieren. Und wenn die zu wenig Sauerstoff haben, zu wenig gut ernährt sind, dann arbeiten sie nicht so gut. Das geht ja uns auch so. Also wir müssen die Umgebungsbedingungen optimieren. Was gut ist für das Herz, ist auch gut für das Gehirn. So die Faustregel. Der Blutdruck sollte regelmässig kontrolliert werden und auf der Höhe, auf unter 130 mm Quecksilber eingestellt werden. Oder Typ 2 Diabetes, weniger als 7% Hb1c. Das sind einfache Dinge, relativ einfache Dinge, die wir in unserer Kultur problemlos eigentlich einstellen könnten. Ich komme zur Förderung der körperlichen Aktivität. Die WHO sagt, wir sollten pro Woche etwa 2,5 Stunden Sport treiben. Sport bedeutet, der Puls geht hoch, wir schwitzen. Das ist Sport. Spazieren, ohne zu schwitzen, ohne dass der Puls etwas schneller wird, ist eigentlich kein Sport. Ich konnte nicht umhin, ich musste Ihnen ein Bild von Roger Seid zeigen. Jetzt ist er ja nicht mehr aktiv, aber das war er in Wimbledon. Man muss nicht gerade Tennis spielen wie Roger, aber man sollte irgendeinen Sport finden. Und ganz wichtig ist, man muss für sich selbst seinen richtigen Sport finden. Das ist enorm wichtig. Nicht irgendetwas machen, was in irgendeinem Heftchen steht. Weil wir wissen, eigentlich sollte man so hirnphysiologisch oder muskelphysiologisch vor allem, sollte man dreimal pro Woche in den Wald gehen und joggen. Und zusätzlich zweimal pro Woche in den Kraftraum. Aber wenn Sie das machen, haben Sie keine Zeit mehr für etwas anderes. Und wahrscheinlich, also mir geht es auch so, mir würde das wirklich stinken. Ich gehe nicht gerne joggen und Kraftraum muss jetzt auch nicht sein, aber ich liebe es, Tennis zu spielen. Man muss für sich einen Sport finden, der einem entspricht und bei dem man glücklich ist. Das führt dazu, dass die regionale Gehirndurchblutung verbessert wird. Die Wachstumsfaktoren für auch neue Nervenzellen steigen an. Es kommt zu eben Bildung von neuen Nervenzellen. Es gibt Hormonausschüttungen, die uns gut tun. Es stärkt auch nachweislich unsere Hirnleistung eben in diesem Fondalhirnteil, den ich vorhin gezeigt habe. Und es führt auch dazu, dass die Gefäße, die auch das Gehirn versorgen, optimiert werden. Und es spielt keine Rolle, wann man beginnt. Es ist nie zu spät und nie zu früh, mit Sport zu beginnen. Sie sehen hier so eine lustige Grafik mit der gelben Linie. Das sind so inaktive. Ja, wenn man inaktiv ist, dann fängt so kurz vor 60 oder um 60 rum, fängt es dann an, dass man behindert wird körperlich und in Abhängigkeit gerät. Also wir haben da ziemlich viel, selbst in unserer eigenen Hand. Dann kann man eben mässig aktiv sein. Das wäre dann die grüne Linie. Oder sportlich sehr aktiv. Das wäre dann die rote Linie. Und Sie sehen, das lohnt sich, egal wann man beginnt. Es lohnt sich, immer Sport zu treiben. Es gibt auch einen Effekt. Je mehr, desto besser. Natürlich gibt es ein zu viel. Und man kann Sportunfälle haben. Davon spreche ich jetzt eigentlich nicht. Aber eigentlich ist es toll, zweieinhalb Stunden Bewegung mit mittlerer Intensität oder eine Viertelstundensport mit hoher Intensität pro Woche. Das sollten wir hinbekommen. Wenn es irgendwie geht. Aber zuerst muss man eine Sportart finden, die einem Spass macht. Und verwenden Sie bitte genügend Zeit bei der Suche dieser Sportart, die Ihnen Freude bereitet. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten. Sie müssen nicht gerade ein Jahresabo im Fitnesscenter kaufen. Weil Sie gehen sowieso nur dreimal. Wenn es Ihnen keinen Spass macht. Es kann sein, dass Sie öfters gehen. Aber finden Sie zuerst die Sportart heraus, die Ihnen wirklich Freude bereitet. Vielleicht können Sie diesen Sport in Ihre Routine einbauen. Und Sie können diesen Sport langsam auch ausbauen bezüglich Dauer und Häufigkeit. Hilfreich ist es auch, mit anderen zusammen Sport zu treiben. Und wenn Sie Beschwerden haben, hören Sie nicht einfach auf, sondern gehen Sie zu Ihrem Hausarzt und besprechen Sie diese Beschwerden, die Sie vielleicht bei der Ausübung Ihres Sports haben. Also Bewegung ist ein unglaublich wichtiger, nicht ganz banaler, aber unglaublich wichtiger, protektiver Faktor für unsere Hirnzellen. Erhalt und Verbesserung der sozialen Aktivität. Achtung, KW, Einsamkeit. Sehr bedeutsam und unsere Gesellschaft entwickelt sich zu Alleinstehenden. Die Zahl der Alleinstehenden, vor allem älteren Menschen, ist rapide am Zunehmen. Die so alleine in einer komischen Alterswohnung hausen und niemand merkt richtig, wenn die nicht aufstehen am Morgen. Das ist ein riesiges Problem. Die Zeit der Großfamilien, wo man aufeinander geschaut hat, ist leider vorbei. Und das bedeutet, dass die älteren Menschen raus müssen. Sie sollten reden, interagieren mit vielen Leuten, egal ob das jetzt Nachbarn sind, Freunde sind oder auch Fremde. Das ist wichtig. Soziale Interaktion ist bedeutsam. Man kann sich auch engagieren in Vereinen, in Gruppen, in irgendeiner Art, die einem Spass macht und Freude bereitet. Und man sollte sich auch Berührung schenken und empfangen. Auch das sind soziale Interaktionen, die enorm wichtig sind. Ich komme dann zum Schlaf. Ein Drittel unseres Lebens schlafen wir. Und wir wissen eigentlich doch relativ wenig über diesen Zustand. Relativ betrachtet. Ja, wir schlafen ja. Also, who cares? Ja, es ist wichtig. Sie sehen hier so ein Bild, welche Hirnregionen und auch die Nervenbotenstoffe involviert sind bei unserem Schlaf. Und es ist gar nicht so banal eigentlich. Nämlich ist es ein Wechselspiel verschiedenster Hirnregionen und verschiedener Nervenbotenstoffe. Ganz entscheidend, und wir sehen das in unserer klinischen Praxis, ist die Schlafhygiene. Natürlich kann man eine Schlaftablette nehmen, aber das ist langfristig schädlich. Viel wichtiger ist es zuerst einmal, diese Punkte der Schlafhygiene zu beachten. Es ist wichtig, die Schlafumgebung angenehm zu gestalten. Es sollte einigermaßen kühl sein, dunkel, ruhig und keine Ablenkungen enthalten, also kein Fernseher oder Tablet oder Nattel im Bett brauchen. Das ist nicht gesund. Es gibt auch blaues Licht, das ist nicht sinnvoll. Man sollte versuchen, immer zur gleichen Zeit zu Bett zu gehen und zur gleichen Zeit aufzustehen. Auch am Sonntag. Wenn möglich, kein Mittagsschlaf. Das gibt es, wenn man Mittagsschlaf machen muss, dann bitte nicht länger als 30 Minuten. Weil der Mittagsschlaf programmiert die Schlafstörung am Abend. Man sollte vermeiden, vor dem Schlafen gehen, große Mahlzeiten einzunehmen. Also unsere Kultur, die sich zu fantastischen Nachtessen trifft, ist eigentlich ein völliger Unsinn. Man sollte nachts nicht so viel essen. Unsere Hauptmahlzeit sollte eigentlich am Mittag sein. Schwierig. Kein Alkohol und nicht übermässig Alkohol trinken, vor dem zu Bett gehen und kein Koffein ab 18 Uhr ist die Regel. Also auch kein Tein. Und keine körperlichen Überanstrengungen nach 18 Uhr. Das ist auch logisch eigentlich, oder? Man muss sich versuchen, daran zu halten. Und jetzt so etwas, was oft helfen kann. Im Bett und im Schlafzimmer wird nur geschlafen. Unser Gehirn, unser Körper soll das Schlafzimmer, das Bett nur mit Schlafen assoziieren. Mit nichts anderem. Und das können wir trainieren. Wenn man nicht einschlafen kann oder erwacht nachts, dann bitte aufstehen. Aus dem Bett raus, nicht rumwälzen. Und mindestens 30 Minuten wach bleiben. Nicht jetzt im gleißenden Licht im Wohnzimmer, das kann ja auch ein bisschen gedämpft sein. Aber man kann dorthin gehen, man kann versuchen etwas zu lesen, sich einfach wach zu sein oder wie auch immer. Und erst nach 30 Minuten darf man wieder ins Bett gehen. Und dann sollte man nicht länger als 20 Minuten versuchen, wieder reinzuschlafen. Und wenn einem das nicht gelingt, wieder aufstehen, wieder 30 Minuten wach bleiben. Und glauben Sie mir, Ihr Gehirn lernt zu schlafen. Wenn wir das so erzwingen, wir konditionieren es eigentlich darauf, im Bett wird geschlafen. Sonst muss ich wieder aufstehen und 30 Minuten wach bleiben. Wichtig ist auch eine Pufferzone zwischen dem Zu-Bett-Gehen, dem Alltag und dem Schlafen. Also vielleicht nicht gerade arbeiten oder heiße Diskussionen haben bis kurz vor dem Zu-Bett-Gehen, sondern das abschliessen, dann vielleicht noch einen Spaziergang machen, um das Quartier rum ein bisschen gut frische Luft zu einem nehmen oder irgendwas. Man kann auch lesen, das ist auch okay, aber bitte im Wohnzimmer, nicht im Bett. Sonst wird das Lesen, das Nicht-Schlafen mit dem Schlafzimmer und dem Bett assoziiert. Das sind sieben einfache Regeln, die gar nicht so einfach sind, die wirklich umzusetzen, aber sie sind eben von grösster Bedeutung. Der nächste Punkt, der fünfte, die optimale Ernährung. Jetzt, so nach meinem Gefühl, kommt so alle drei Monate, kommen neue Ernährungsempfehlungen raus. Und das ist mir auch zu viel. Also ich befolge das nicht. Also wir haben hier im Spital eine fantastische Kantine, die wirklich auch offenbar gesund kocht, wurde mir gesagt. Mir ist das egal, ich esse einfach das, was es gibt. Und das ist wirklich sehr gut. Und was aber die Daten zeigen, ist, eine mediterrane Ernährung ist sinnvoll. Und Sie sehen das hier aufgelistet. Viel Gemüsesalate und Kräuter, Vollkorngetreide und Hülsenfrüchte, Obst, Nüsse, hochwertige Öle, Eier, Milchprodukte und Fisch und wenig Fleisch und Süßigkeiten. Soll man zu sich nehmen. Man kann sich ja ungefähr daran halten, oder? Man muss sich da nicht selbst vergewaltigen. Das ist nicht die Idee. Aber einigermassen nicht jeden Tag eine Tafel Schokolade. Das ist einfach nicht gut für das Gehirn. Auch wenn es schwarze Schokolade ist. Oder wie eine gute Freundin von mir sagt, Frau Dr. Studer, wir werden sie noch sehen. Eat the rainbow. Essen Sie den Regenbogen. Und das ist doch hilfreich, oder? Wir machen es nicht so unendlich kompliziert. Sie sehen sehr viel Gemüse, sehr viel Früchte. Und es sollten verschiedene Farben sein als Faustregel. Ich komme zu dem Punkt, der mir persönlich am Meer am Herzen liegt, als andere Punkte. Nämlich der Erhalt und die Verbesserung der kognitiven Stimulation. Unser Gehirn liebt es zu arbeiten, habe ich Ihnen gesagt. Aber es möchte arbeiten, um lange fit zu bleiben. Und das geht zurück auf eine Theorie, die nennt sich die kognitive Reserve. Sie sind hier dargestellt. Sie sehen zwei Linien, eine grüne und eine rote. Und der grüne Mensch, das ist ein Mensch, der hat sein Leben lang eine gute Ausbildung genossen. Im Beruf war er aktiv und hat sich wirklich hirnmässig anstrengen müssen. Und auch nach der Pensionierung bleibt er aktiv interessiert. Und wie Sie kommen an Veranstaltungen, setzen Sie sich mit dem Leben auseinander. Und dieses Gehirn kann sich länger gegen eine krankhafte Veränderung wehren. Und kann das kompensieren. Ist geschützt und kann kompensieren. Die rote Linie ist ein Mensch, der hirntechnisch nicht so aktiv ist. Mehr oder weniger ab der Pensionierung Tierfilme schaut. Sich nicht mehr austauscht mit anderen. Nicht interessiert ist an der Umgebung. Und wenn beide Menschen getroffen werden von der Pathologie, von der krankhaften Veränderung des Gehirns, dann wird derjenige mit einer niedrigen Reserve, der rote, schneller die Demenzschwelle überschreiten. Und die Pathologie wird sich auswirken in seiner Hirnleistung. Der grüne oben, wie gesagt, kann er sich lange länger wehren. Kann kompensieren. Und wird dann deutlich später die Schwelle überschreiten, wo man sagt, jetzt ist die Hirnleistung nicht mehr normal. Also diese Idee, wir werden das noch sehen, use it or lose it, ist ganz bedeutsam. Aber nicht einfach umzusetzen. Es gibt Studien, die gezeigt haben, die obere über 21 Jahre, dass kognitiv aktivierende Freizeitaktivitäten, zum Beispiel Lesen, Brettspiele, Musiziere, oder Tanzen das Risiko, an einer Demenz zu erkranken, reduzieren. Oder kognitive Aktivitäten mindestens zweimal pro Woche halbieren das Risiko, in den folgenden vier Jahren an einer Demenz zu erkranken. Wir sehen, das waren 5700 Leute, die hier untersucht wurden. Das Entscheidende, was man hier mitnehmen sollte, ist Folgendes. Es spielt keine Rolle, was man tut. Wir werden gefragt von Patienten, die noch gesund sind, aber vielleicht so ein bisschen Angst haben, soll ich jetzt Sudoku machen oder Kreuzworträtsel. Und da ist die Frage falsch. Es gibt keine Studien, die zeigen, dass irgendeine geistige Aktivität einer anderen überlegen ist. Die Frage muss sein, was kann ich etwas tun, das mir Spass macht. Wir werden das sehen. Und deshalb mache ich es eben auch regelmässig und nachhaltig. Es gibt eine ganz spannende Arbeit. Ich habe sie hier gezeigt, weil Sie wissen, was ein Review ist. Ein Review versucht, verschiedene Daten zusammenzufassen. Es gibt es verschiedene Reviews und diese Arbeit hat alle Reviews wiederum zusammengefasst. Also ein systematischer Review und Überblick über systematische Reviews. Und da wurde gezeigt, dass diese kontinuierliche Fortbildung eben dazu führt, dass die Hirnleistungen besser sind und dass das Neuauftreten von demenziellen Erkrankungen abnimmt. Es ist das Use it or lose it. Das ist ja ein biologisches Prinzip. Wir kennen das ja von unseren Muskeln, wenn er von ihnen schon mal ein Bein gebrochen hat und im Gips war, weiss, wie schäbig dieser Muskel aussieht nach ein paar Wochen. Und wie er dann wieder auftrainiert werden muss. Und die Biologie ist hocheffizient. Wenn etwas nicht benutzt wird, wird es eben abgebaut. Oder es wird verkleinert. Analog geschieht das auch im Gehirn. Kognitive Stimulation. Stimulation der Hirnleistung. Wann? Grundsätzlich immer. Bei allen Menschen ist das wichtig. Ich denke, es ist sehr wichtig, vor allem nach der Pensionierung, wenn die Hirnaktivität nicht mehr von außen induziert wird. Dort gibt es einen kritischen Moment. Und natürlich speziell für Menschen, die kognitiv wenig oder fast nicht aktiv sind. Jetzt, Sie sind es offensichtlich, sonst wären Sie ja nicht hier. Aber Sie kennen vielleicht Freundinnen oder Freunde, die das nicht sind. Und für die möchte ich eigentlich erklären, wie das konkret gehen könnte. Diese Aktivität, die es zunächst gilt auszuwählen, die soll regelmäßig durchgeführt werden. Das heisst so dreimal pro Woche. Nicht dreimal pro Jahr. Dreimal pro Woche. Sie soll einen tatsächlich anstrengen, kognitiv stimulierend sein. Und das Wichtigste, diese Aktivität, wie beim Sport, muss einem Freude bereiten. Wie geht dies denn ganz konkret? Sie könnten zum Beispiel an Forschungsprojekten teilnehmen. Und Frau Klein hat Ihnen auf Ihrem Stuhl so zwei Blätter hingelegt. Diese können Sie kurz vornehmen. Die sehen so aus da. Und dort möchten wir Sie einladen in unser Register für forschungsinteressierte Gesunde. Sie können teilnehmen. Sie können diese Unterlagen studieren und vielleicht ausfüllen. Das zweite Blatt, das erste Blatt können Sie mit nach Hause nehmen. Und Sie würden sich anmelden, an möglichen Forschungsprojekten teilzunehmen. Und mit Ihrer Anmeldung erlauben Sie uns lediglich, dass wir Sie anfragen dürfen. Sie haben noch nichts unterschrieben. Sie haben noch nirgends zugesagt. Sie verpflichten sich zu gar nichts. Aber diese Forschungsprojekte sind in der Regel sehr interessant und auch kognitiv stimulierend. Use it or lose it. Jetzt, wenn Sie nicht an den Forschungsprojekten teilnehmen möchten oder die nicht gerade laufen, möchten Sie sich sonst in irgendeiner Art und Weise natürlich kognitiv betätigen. Und deshalb sollte man sich überlegen, was tue ich eigentlich, um mein Gehirn fit zu halten. Use it or lose it. Was mache ich eigentlich gehirntechnisch? Ich rede nicht vom Schlafen, nicht vom Sport machen, sondern wirklich mit dem Gehirn arbeiten. Welche Aktivitäten kann man sich fragen würden, denn würden mir Freude machen, um diese regelmäßig durchzuführen? Kann ich ja mal ein bisschen überlegen. Oder gibt es Aktivitäten, die Sie früher einmal gemacht haben? Waren Sie als Jugendlicher mal in einem Schachclub oder irgendwo in einem Buchclub oder haben etwas gemacht, was Sie eigentlich wieder aufnehmen könnten? Wir haben das besprochen, dieses Programm mit den Hausärzten und der Hausarzt hat gesagt, ja, also wenn ich meine Patienten frage, dann kommt denen nicht so viel in den Sinn, was sie jetzt tun könnten. Und das war seine Idee, uns zu sagen, uns zu bitten, mach doch ein Buffet von möglichen kognitiven Aktivitäten. Und dieses Buffet, sehen Sie unten links, ist auch die Website angegeben. Das sind so Fotokarten, die man benutzen kann als Inspiration. Was könnte ich denn tun? Ich könnte tanzen gehen, ich könnte, das ist das Landwasserbrücke, spielen. Ich könnte Diskussionsrunden teilnehmen, ich könnte mit dem Enkelkind Aufgaben lösen, tanzen, eben Schach spielen. Es geht dann weiter, verschiedene mögliche kognitive Aktivitäten, so als Inspiration gedacht. Also ganz wichtig, in diesem ersten Schritt muss man versuchen, etwas zu finden, was einem Freude macht. Und ja, nicht sich zu Sudaku zwingen oder irgendwelchen Kreuzforträtseln, wenn man daran nicht wirklich Freude hat. Dann geht es um den Umsetzungsplan. Was möchte ich machen, wie möchte ich es machen, wo, wie oft, mit wem. Also ein Plan, analog zum Sport. Und dann kann man sich noch überlegen, was könnte denn helfen, damit es klappt. Ich nehme noch meinen Mann mit oder meine Tochter oder meinen Freund oder meine wen auch immer und mache das zusammen. Machen zusammen ein Buchklub auf oder irgendetwas anderes und versuchen uns geistig fit zu halten. Und man kann dann durchaus sich auch fragen, wer oder was könnte mich dabei unterstützen. Und ich nehme dann einen jemanden aus der Familie und bitte Sie, mich zu unterstützen bei dieser neuen Aktivität. Jetzt zum Schluss möchte ich noch auf etwas hinweisen. Sie haben auch ein so kleines Blatt bekommen auf dem Stuhl. Und das ist der Hirncoach. Das ist ein Programm von Frau Dr. Barbara Stuhl. Das ist Neurowissenschaftlerin an der Uni Bern. Und sie hatte eine tolle Idee. Nämlich, sie hat gesagt, wir sollten ein Programm kreieren, wo Menschen, egal welchen Alters, auf Internet gehen können. Und wo sie Unterstützung finden bei stimulierenden Aktivitäten oder hirnschützenden Aktivitäten. Ein umfassendes, ganzheitliches Programm für ihr Gehirn. Und ich muss sagen, es wurde im November sozusagen aufgeschaltet. Man kann ein Abo lösen. Und die Idee ist eben, man bekommt eine Standortbestimmung. Wie gut steht das mit einem Gehirn? Es gibt dann regelmäßige Übungen. Jede Woche bekommt man eine Übung, die man machen kann oder auch nicht. Es gibt Gruppenanlässe, Infoanlässe mit Fachpersonen, persönliche Check-Ups oder wenn man möchte, auch ein persönliches Coaching. Und ich kann Ihnen das sehr herzlich empfehlen, dies einmal anzuschauen. Sie sehen da drauf, da diesen QR-Code da. Und Sie können da mal schauen, ob Ihnen das gefallen würde. Und Sie können auch sich einmal ein Probe-Abo besorgen. Das kostet dann nichts. Und mit dem möchte ich mich herzlich bedanken für Ihren Besuch. Und dieser Vortrag ist offenbar, oder mein Vortrag ist jetzt so in etwa einer Woche, auf dem Internet abrufbar. Und Sie könnten den, wenn Sie möchten, noch einmal schauen. Und bevor wir zu den Fragen kommen, ganz kurz der Hinweis auf das nächste Thema, das am 12. Juni bearbeitet wird durch Herrn Dr. Yves Pascal Mayer. Er ist Oberarzt hier an der Universitären Altersmedizin, auf dem Bereich Akute Altersmedizin. Und er spricht zum Thema Lindern statt Heilen. Damit möchte ich mich bedanken und wir kommen zu den Fragen. Applaus